Bürgermeister diese Woche, heute Spontanbesuch hier im Alten Amtshaus in Levern. Ich freue mich, dass mein Kollege Frank Haberbosch aus Lübeck da ist. Der interkommunale Austausch ist uns wichtig und schön, dass du hier bist, lieber Frank. Ja, lieber Kai, nach Stemmiede komme ich immer gern und ein Austausch mit dir als Bürgermeister hier in der Gemeinde, der ist immer wertvoll und interkommunale Zusammenarbeit müssen wir beide auch, glaube ich, ein bisschen nach vorne bringen. Und da sind wir auch einen guten Weg. Und das tun wir auch und Ihnen wünschen wir jetzt noch eine richtig schöne Woche. Alles Gute.